herzlich willkommen zum shopnews heute habe ich ein geschenk bekommen das zeige ich euch auch und zwar diese lok ist mir so gegeben die ist halt die schienen passen halt nicht machen wir passen kriegen wir schon hin und zwar ist das die lok versuchs amt göttingen das andere ist zu klein das ist die 45 004 das andere wie gesagt ist zu klein das kann ich jetzt nicht lesen wunderbar gemacht machen ja da steht das auf der seite steht sogar noch mehr auf meiner seite steht halt nur 45 004 und lok versuchsamt göttingen so müsste ich mich schlau machen ich sage dankeschön das ist jetzt an die person gerichtet die mir dieses geschenk gemacht haben wird auch gut weggestellt vielleicht nämlich sogar ist eine gute idee die anderen loks auch irgendwann mal heraus und stell die mir selbst aus ich werde überprüfen ob sie fährt weil heute fährt man ja digital und ich habe auch noch analog kann ich auch analog setzen könnte ich machen wenn ich auch gleich machen ist eine gute idee ich habe die schienen in der nähe wenn die dann fährt zeige ich euch ich fange mit einer neuen serie an herzlich willkommen im november 2021 ja die welt modelleisenbahn alle sind froh dass sie wieder öffnen konnten man konnte sich vieles anschauen am fünften elften ist es soweit also morgen ist es soweit dass man auf die messe leipzig gehen könnte ich versuche die live schaltung zu erwischen dass ich mir das ansehen kann was da alles neu erscheinen wird so wir haben natürlich alle ein bisschen pressur weil einiges nicht funktioniert weil vieles sich geändert hat nicht nur durch corona sondern es hat sich halt vieles verändert weil ja eine riesen struktur eine riesen geschichte halt passiert durch corona auch wir sind jetzt zum dritten mal verkauft worden wurde mir auch gerade offeriert ich habe also hier neun vermieter ich habe erstmal den alten gefragt hallo konntest mir das nicht bescheid sagen egal also ich habe jetzt neun deswegen mache ich das video nicht nur als dankeschön hier dass ich sowas bekommen habe sondern auch als information es ist mal wieder alles verkauft alles wieder neu vorher hießen wir vorher hieß es konvenis dann hieß es renaissance und jetzt heißt es gott gottschling gottschling ok renaissance konvenis gottschling ok schauen wir mal was dabei rauskommt noch mehr ärger kann man gar nicht bekommen wir haben schon so viel ärger durch corona durch tüte tragen ich habe gerade wieder hell auf es sind ja viele haus und grund ist mal wieder in den schlagzeilen haus und grund macht hier auch sehr viel dumback also viele sehr viele deswegen mache ich das video deswegen bin ich auch hell auf dankeschön dass ich diese lockt da bekommen habe weil es ist schon und ich muss wirklich sagen es ist krass es ist wirklich krass was im moment so passiert wie doch mit einigen mietern umgegangen wird die immobilien verkaufen sich das geht so schnell so schnell kann man gar nicht gucken bei mir gegenüber wird auch ein ganzes haus saniert aber sowas von saniert ich frage mich nur wer da einziehen soll wir haben neue balkone bekommen die kriegen eine neue infrastruktur im haus sie bekommen jetzt eine komplett neue fassade ein riesenbauwerk ein riesenbauwerk und da fragt man sich wirklich wer zahlt dann die miete also hier bin ich auch gespannt was auf mich zukommt hier läuft auch schon mal alles falsch den habe ich auch gerade eine information zugänglich gemacht dass das was sie jetzt hier hätten haben wollen nicht gibt also auf keinen fall und hier sind so viele baustellen die uns hinterlassen wurden wo wir uns auch fragen wer hallo wir haben keine toilette mehr wir haben riesige löcher die mieter die abgehauen sind haben uns wasserschäden hinterlassen die gibt auch nicht mehr das hause ist verkauft alles gut zum ersten mal ein ansprechpartner direkt vor der haustür tür zu machen eben hingehen vorher war das nicht möglich vorher war das weit weg in berlin oder in krefeld jetzt haben wir uns vor der haustür da bin ich natürlich nur gespannt was dann abgeht vorgestellt haben die sich nicht die anderen haben sich immer vorgestellt sind immer vorbeigekommen da konnten wir uns immer unterhalten sie haben mir gerade eine mail geschrieben dass der schaden den sie verursacht haben mir ausgleich ja also da bin ich natürlich schon gespannt was dabei rauskommt und ja schauen wir mal es ist wie es ist man muss da durch corona hat ein riesenloch verursacht aber ich freue mich so sehr ist natürlich gebrauchen klar die hat ihr alter ich möchte nicht wissen wie viel gebrauchsstunden das gute stück schon hatte das ist mir aber egal es geht mir einfach nur darum dass das ein geschenk ist und ja dann ist die 45 004 jetzt lese ich auch zum ersten mal was hier steht da steht dasselbe block versuchtsamt göttingen dann darunter irgendwas mit andere so andere richtung also 45 004 die hat sicherlich wird sicherlich einige sachen hinter sich dass die dass diese dass die einen wert hat wissen wir aber gerade nachgesehen darum geht es aber nicht weil sowas da sowas mess ich nicht nach wert vielleicht fährt sie auch gar nicht mehr dann ist das aber eine wunderschöne erinnerung aus dem jahre 2021 durch ein kunden ehepaar ja euch danke dann wünsche ich euch was viel spaß ich grüße ich weiß der 9 11 wissen wir der 9 11 war was vor gefallen dann noch wie gesagt zu kurz vor weihnachten so der 9 11 was da alles so los gefallen ihr wisst schon wer geschichte lernt oder liest oder beobachtet weiß was am 9 11 alles so passiert ist 9 11 ok 9 11 gut gut darum geht es mir nicht an sich wollte ich keine solche videos mehr machen die zum zwecke aber da ich richter anwälte ärzte künstler aller sparten für aufklärung sogar andere die wirklich aufklären wollen habe habe ich mich bewogen danke zu sagen dass sie hier waren und ich für sie tätig sein konnte aber wie gesagt man kommt in den strudel es sind menschen die sagen stopp nicht weiter wie bis hier ja überschreitet die linien nicht finde ich gut also rechtsanwälte staatsanwälte richter die haben zwar ihr alter sind da so keine aktiven mehr der letzte richter der gerade hier war war 80 ich habe nicht mit ihm gesprochen über alles sagen darf ich nichts deswegen sage ich so zu 9 11 ja 9 11 als stopp modus bis hierhin und nicht weiter wenn alles zusammenbricht das thema ist klar ich sag jetzt einfach mal minus 19 und lass das andere mal weg so wenn man wirklich tatsächlich sich hinsetzt mit so einer klientel sich unterhält auch anwälte für aufklärung errichter für aufklärung und noch und ärzte für aufklärung so wir haben also wirklich tatsächlich mal über das patientenrecht gesprochen was da drin steht so die ärzte haben in patientenrecht gewisse präambeln stehen die geschützt sind seit 1979 w.a.o. so seit 1979 w.a.o. etc. ist das auf weg gebracht und es ist rechtsgültig was in dieser patienten verordnung steht verordnung wie ärzte mit patienten umzugehen haben so die meisten die jetzt über dieses thema minus 19 gesprochen oder immer noch sprechen oder 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 die grünen gerade so eben haben laut verkündet man solle ja wieder zurück zu dem thema kostenlos so kostenlos testen kostenlos dieses kostenlos jenes so im moment sind wir ja kostenpflichtig und nichts wirklich tatsächlich geschieht ich komme auf dieses video weil mein arzt nehmen an seit mehreren tagen immer krankenwagen also das finde ich schon ein bisschen mehr okay spekulativ ist spekulativ weil dieser arzt wirklich tatsächlich ein impffreund ist ja der ist nur am impfen ist der weltmeister im impfen in unserer straße hier aber ist schon merkwürdig dass immer mehr krankenwagen vorfahren und patienten abholen spekulativ spekulativ so wieso komme ich da drauf ganz einfach dieser arzt hatte mich ja selbst mal in die klinik verfrachtet und hat dann behauptet er hätte corona und deswegen muss sicher da bleiben so man kann dagegen nichts machen liebe leute bleibt auf dem teppich wenn euch so was widerfährt jetzt da irgendwas machen zu können oder dagegen sich aufzulehnen wird nicht klappen wenn ihr nicht zur gilde gehört jeder von euch muss zu einer gilde gehören dann klappt das auch so wenn ihr seht was ihr seht im digitalen bereich jemand fragt und die befragte person flippt dann sofort aus und deutsch dem deutschen deutschland ich will mein deutschland zurück dann ist ja wohl klar dass da wohl was nicht stimmt man muss sich das bild anschauen man muss sich diesem das ganze mal anschauen ich ziele jetzt so auf tik tok was auch tik tok so abläuft und dann habe ich mir auch bei tik tok auch den herrn heinz da angeguckt mit a i heinze oder wer da ist markus heinz rechtsanwalt so und dann habe ich mir auch diverse andere sachen angesehen ich fand es wie gesagt hochgradig interessant weil wenn unser 1 so was macht so ich musste unterbrechen weil ich hatte einen jungen kunden und für ihn musste ich den lebenslauf clear machen wer muss danach unterhalten ja auch die jungen leute haben verstanden was es ist hier mit dieser typen tragerei nur es gibt ja auch vernünftige jugendliche wir haben uns über die neuzeit digital unterhalten und ich muss einfach nur sagen die jungen leute die auch ahnung haben ob sie jetzt tik tok machen facebook machen oder youtube sie kommen alle auf einen nenner und der nenner ist ganz einfach es stimmt etwas nicht so man kann nicht so wie in australien ungeimpfte einsperren weg sperren das ist an sich schon krass so dass wir das alles mitbekommen dass wir jetzt in einem reality film sind alles real wer netflix hat wer amazon prime hat wer tv now hat und wer auch wie gesagt andere gekaufte einheiten das web hat stellt doch fest dass er doch alles schon längst bezahlt ich hatte heute ältere leute wie gesagt dem musste ich auch erklären dass das und das und das und das und das und es war halt wie es ist und die sache ist und bleibt dass etwas nicht stimmt es stimmt etwas wirklich tatsächlich nicht so wir werden ausgegrenzt wir werden dranglasiert wir werden zur seite gestellt wir werden abgestempelt so ich hatte heute kunden da dessen einige durch impfungen denen es schlecht geht ich habe einige da die also wirklich den tränen nahe waren weil halt durch die impfung einige verstorben sind es ist halt so ich sehe das alles objektiv ich betrachte es also auch von weiten auch wenn ich mit den ganzen herrschaften die hier tagtäglich erscheinen wie auch richter staatsanwälte und so weiter also menschen die jetzt in rente sind aber halt das sind was sie sind und wie gesagt sie geben ja selber zu dass sie das jetzt mit dem digitalen nicht verstehen auch die anwälte nicht die jetzt demnächst wie gesagt seit september läuft es ja schon aber es funktioniert bei denen noch nicht so viele fälle sind dadurch halt in den sand gesetzt worden ab 1.1.2022 ist es soweit digital alles und es wird was auch uns jetzt hier noch zukommen wird weiß ich nicht kann ich also nicht zu sagen was da passiert oder nicht passiert ja wie gesagt es ist nicht schön ausgegrenzt zu werden es ist nicht schön mitspielen zu müssen es ist einfach überhaupt nicht schön dass man wie gesagt auf eine stufe gestellt wird die so nicht richtig ist ja und wir haben was wir haben und bekommen kaum noch etwas dazu es ist traurig dass das so ist und leider wird es ja auch vollzogen und keiner kann wirklich tatsächlich diesbezüglich da noch was machen man kann zwar alles versuchen das ist richtig man kommt aber leider nicht dahin das ist schade und weil das schade ist kann man es nur so formulieren und schauen wir mal wie gesagt wir haben die letzten sechs wochen dann ist das jahr vorbei sechs lange wochen wo wir vieles noch erleben werden viele werden also auch zur weihnachtlichen zeit zu irgendetwas gezogen was nicht schön ist weihnachten so wie wir uns vorstellen wird es nie geben liebe zuneigung und das alles nein also wir werden immer meist zu weihnachten wirklich tatsächlich es gibt so viele böse filme über weihnachten um uns klar zu machen wie wir sein sollten zu weihnachten dieses video ist jetzt für 9.11 jeder weiß 9.11 was wirklich tatsächlich geschehen ihr werdet also am 9.11 auf vieles nicht nur bei youtube sondern überall wieder in erinnerung gezogen werden guck mal der 9.11 das waren ja auch schon paar wochen vor weihnachten christlich und so weiter und so fort und jeder weiß was geschehen und ja was passiert jeder darf wirklich tatsächlich nicht vergessen was zum beispiel 1941 war und vor allen dingen gar nicht mal vergessen was 1920 begonnen 1949 dann endlich zu ende und dann eine neue zeit begonnen von 45 bis 49 embargo zeit also so gut war es nicht so in den zwanzigern wo dann das ganze kam der böse freitag wo nichts ging mehr jetzt heißt es halt corona auf deutsch es gibt immer etwas wonach wir tanzen sollen ja jetzt zum beispiel habe ich warum das so leise ist weiß ich nicht aber ja wieder etwas schönes so meine sehr verehrten damen und herren recht herzlich willkommen beim rasenden reporter meiner einer ich mache reportagen ich zeichne auf ich mache mir gedanken ich habe wie gesagt mit der klientel ärzte anwälte staatsanwälte richter und ja doch die für aufklärung und dann noch mit dem anderen status reporter die freien reporter so wir die freien reporter die reportagen machen aufzeichnen videojournalismus betreiben sind natürlich jetzt auch an unseren grenzen gestoßen wir wissen ja gar nicht mehr mit was ja markus heinz mit a i geschrieben heinz dem habe ich mir auch gerade wieder und angehört und so weiter und so fort ich frage mich sowieso was da alles abging denn am wochenende des sechsten november war in leipzig ja mal wieder tour da ging es mal wieder zur sache und wie gesagt überall jetzt machen sie einen auf mahnwache montags stehen sie am kettweger da irgendwo da ist ja jetzt aber der weihnachtsmarkt aufgebaut somit fällt das gar nicht auf also sie stehen da und haben eine kerze in der hand sieht toll aus bringt nur nichts ja so sie machen eine sogenannte mahnwache für die geschichte derer die daran verstorben und was weiß ich nicht meine sehr verehrten damen und herren wenn man wirklich tatsächlich so das sage ich jetzt noch einmal in laufende kamera ärzte rechtsanwälte staatsanwälte journalisten ja und wie gesagt für aufklärung die nennt sich so die ärzte wollen aufklären die anwälte wollen aufklären die richter wollen aufklären die freien richter wollen aufklären natürlich ist das nicht eine masse sind alles wenige das ist richtig meiner eine will nicht aufklären aber meiner eine macht seinen beruf ja deswegen weiß ich ja also habe ich mich mit denen kurz geschlossen den anderen namen habe ich den anderen namen habe ich jetzt vergessen den hatte ich mir aufgeschrieben ist halt ein älterer herr der mittlerweile auch youtube gefunden hat und mit youtube wunderbare videos macht und ja er hat sich das so ausgedacht wie ich es mir jetzt hier ausgedacht habe und er ist halt ein bekannter und hat seine leute die ihm helfen meiner einer muss alles alleine machen meine einer muss sich auch wehren gegen gewisse damen und herren also ich muss einfach mal sagen dass da wie gesagt einige sind am träumen sind nicht sagen wir mal so einige sind am träumen andere sind am schäumen und am ende kommt nichts bei raus so wer kommt das ist der nikolaus der weihnachtsmann die beiden werden erscheinen uralte saga über christmas heilige nacht stille nacht und so weiter und so fort das wird alles kommen gut aber wenn weiter so gemacht wird wie gemacht wird über diesen deckmantel minus 19 ihr wisst was ich meine ich habe mich vorhin doch erdreistet das vorwort zu sagen ist auch einfach nur noch c minus 19 der countdown zur großen apokalypse läuft und am ersten ersten 2022 will ich nicht hoffen dass da irgendwas geschieht außer wir sind digital ja anwälte für aufklärung richter für aufklärung ärzte für aufklärung und natürlich wir journalisten die halt also reporter nicht journalisten sondern reporter wir halt einen report machen geschichten aufgreifen die erarbeiten und dann auf dem technischen wege bringen das ist mein press hier das ist das was ich jetzt gemacht habe und ich wünsche euch wirklich alles gute und ich hoffe es geht